I am metal! I am metal! I am metal! So, liebe Freunde. Heute geht es um die Frage... Was ist Metal? Ihr kennt das. Ihr lernt ne geile Tussi kennen und früher oder später kommt die Frage... Was hörst du denn du so für Muckel? Wenn ihr dann antwortet... Metal! Ist das in etwa so, als würdet ihr auf die Frage... Wo wohnst du? Mit... In Deutschland! antworten. Ist eine ziemlich genaue Antwort, oder? Wo wohnst du? In Deutschland! In Timbuto! Ihr könntet natürlich auch Harald Schmidt zitieren. Schüler mit Mords was in der Birne hören Heavy Metal. Aber glaubt mir, die beste Methode ist jemanden Metal zu erklären, indem ihr ihnen Musikbeispiele vorspielt. Dafür nehmt ihr am Anfang am besten einen Song mit einer wunderschönen Melodie. Noch in hunderttausend Jahren werde ich immer bei dir sein. Du bist sicher, dass du den Job behalten willst? Jep! Metal ist natürlich keine Soloproduktion. Metal wird nicht am Computer gemacht. Metal ist handgemachte Gruppenmusik. Wer bin ich, dass du mich heute einfach stehen lässt? So liebe Kinder, für heute ist erstmal Schluss. Ich gehe jetzt den Cutter erwürgen. Metal ist ein echter. Genau, danke. Mal. 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 Vielen Dank.